2020 war kein normales Jahr. Corona hatte die Welt fest im Griff. Lockdown, Quarantäne, Homeschooling. Von jetzt auf gleich war alles anders. Auch unser Vereinsleben wurde massiv eingeschränkt. Keine Bezirksfahrten, kein Jugendwochenende in Österreich und auch keine Wildwasserwoche. Viele Pläne sind dieses Jahr ins Wasser gefallen. Aber wir haben trotzdem das Beste rausgemacht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.